hallo uns geht willkommen youtube heute auf dem weg zum neuen abenteuer ja mich hat die abenteuerlust wieder gepackt und habe mir da schon das nächste vorgenommen geplant habe ich jetzt mal ein paar schon länger bestehende abenteuer die ich noch offen habe aufzuholen schau mal ins abenteuer buch und ja vorgenommen habe ich mir den fall der mächtigen was noch als meister abenteuer gilt und wohl das schwierigste sein wird von der ganzen sache jedenfalls was die kampf situation angeht und das möchte ich gern hinter mich bringen also schauen wir mal was hier so steht spricht mit ur tag in durch kann also heißt es auf nach durch kann da werden wir dann gleich mal schauen dass wir uns da noch eine teleport kugel aus der bank holen voraussetzung während der ausgewählte befehlshaber mein arm geht auf reisen der tod in not stufe 79 in angriff stärke lebenspunkte verteidigung berserker und den borg im chaos tunnel muss einmal besiegt sein benötigte gegenstände da wäre eine lichtquelle kampfausrüstung und essen werden dringend empfohlen also wird es da schon ganz schön heftig zur sache gehen kampfstufe die fähigkeit einen gegner der stufe 210 zu bezwingen da werden wir uns bemühen und dann hätten wir als belohnung zwei abenteuer punkte je 80.000 dp in angriff stärke lampe mit 75 kampf ep 75.000 natürlich 75.000 kampf ep lampe mit 50.000 kampf ep ein kizai und die fähigkeit einen bandus griff daran zu befestigen ein kizai zier anpassungsoption für zamalma der titel der die siegerin in einem buch mit erinnerung von bandus zugang zum teleport zauber zum verlies der götterkriege und verbesserte beute von borg und zwei schatzjägerschlüssel gut borg da habe ich mich lang nicht mehr blicken lassen ja zum einen da ich beschwörung durch habe und nicht unbedingt jetzt auf große siegeljagd gehen muss ansonsten ja wenn es da verbesserte beute gibt wäre es ja vielleicht mal interessanter noch mal vorbeizuschauen ja also wir müssen nach torgisch khan und das ganze machen wir dann mit einer teleport kugel die müsste ich noch in der bank haben bank bitte ja da ist ja noch okay vielleicht nehmen wir mal zwei mit eine lichtquelle ja ich habe im moment den seerschmuck an das müsste reichen als lichtquelle dann würde ich sagen auf nach torgisch khan ok jetzt sind wir in torgisch khan urtac müssen wir finden urtac irgendwo im norden war der jetzt gehen wir erst mal raus gucken und mal wo wir gelandet sind ok dann sind wir ja schon mal ziemlich im norden gelandet norden urtac wo war jetzt der urtac ne urtal na fast und dann ist hier irgendwo in der höhle ein wenn haben wir denn hier kein hier oben vielleicht ok gehen wir mal hinten in den gang rein das ist einfach nur ein ohne namen ist bestimmter franz franz der höhen goblin ok war der nicht hier draußen wo war der urtac ich weiß es echt nicht wache passt schön auf wir mal grad hier gucken oder das ist der mit den knochenarmen brüsten der junge ok das ist der missttack ja ne ne heißt der urtac ob nicht hier denn wird er doch da drinnen sein denke ich mal Okay, die große Suche nach Ur-Tag. Also hier ist er auch nicht. Das ist auch ein Höhlen-Goblin, der Peter. Undag. Das ist er. Auch wieder ein Höhlen-Goblin. Der Fritz. Wache. Hm. Wo ist der Bursche? Vielleicht hier oben? Da ist ja oben der Rad. Vielleicht ist er hier irgendwo? Schauen wir mal. Was ist der Goblin-Schreiber? Den suchen wir auch nicht. Haben wir hier? Keine mehr. Da sind noch welche. Hier ist noch jemand. Oh, Moment. Da ist ein Abenteuer-Zeichen. Vielleicht ist er hier. Hoffentlich. Drückt mal die Däumchen. Tag. Ur-Tag. Haha. Haben wir'n doch. Hallöchen. Ich habe gerade eine schreckliche Nachricht von den Kundschaftern erhalten. Eine Armee marschiert in Richtung Dorgeschkern. Oh, oh. Wie kann ich helfen? Riesige Horden an Goblins, Trollen und Ogern versammeln sich in den Sümpfen. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es etwas mit Bandos Tod zu tun. Was könnten Sie von uns wollen? Sie müssen herausfinden, was Sie tun. Ich versuche, Ihre Vorhaben irgendwie zu verzögern. Oder Sie aufzuhalten. Werden Sie uns helfen? Ja, klar. Machen wir doch. Hatten wir ja vor. Gut. Das Erste, was Sie tun müssen, ist... Oh. Die Zahnek. General Grador ist hier mit einer Armee. Wir haben gerade den Eingang zum Sumpf... Sie haben gerade den Eingang zum Sumpf zum Einsturz gebracht, um sie aufzuhalten. Achso, die haben das gemacht. Was will er von uns? Er macht uns aus irgendeinem Grund für Bandos Niederlage verantwortlich. Sie glauben nicht daran, dass Ihr großer, hoher Kriegsgrott verlieren könnte. Und Grador sucht nach einem Sündenbock. Was soll ich tun? Wir können keine Armee dieser Größe bekämpfen und der Einsturz wird sie nicht lange aufhalten. Ich werde mit dem Rat über unsere Evakuierung sprechen. Gehen Sie zu Ihren Anführern. Sie müssen mit ihnen sprechen. Versuchen Sie, sie zu verlangsamen. Wenn Sie können, halten Sie sie auf. Nach Bandos Tod dachte ich, wir wären ihn endlich los. Und nun das. In Ordnung, ich bin dabei. Grador und die anderen haben sich in den Sumpfhöhlen versammelt. Unser Eingang ist versperrt, also müssen Sie einen Umweg machen. Sie kennen den Weg. Der Eingang ist im Sumpf von Lumbritsch unter dem alten Baum. Aha, kenne ich noch. Okay. Ja, dann gehen wir mal in den Sumpf. Mach's gut, Sanec. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Ja, also auf nach Lumbritsch. Jupp. Und dann werden wir uns mal in den Sumpf begeben. Jetzt müssen wir hier ein Stückchen am besten. Soll hier irgendwo sein. Was ist das? Ist das klar? Okay. Naja, das muss weiter hier. Hier bin ich ja schon ewig nicht mehr rein. Ah, das sieht doch schon gut aus hier. Der war früher einer, der hat einen immer gewarnt. Dass man nicht mit einer brennenden Lichtquelle da runter gehen soll, weil sonst die Gase da unten explodieren sollen. Hab ich auch nie gemacht. Ob es denn wirklich so gewesen wäre, keine Ahnung. Er hat dann hier immer schön für teuer Geld Kerzen verkauft. Ich glaub für 1000 Goldstücke eine Kerze oder so. Aber der ist gar nicht mehr da, der Meister. Okay. Ja, dann gehen wir mal runter hier. Schauen wir mal, was hier los ist. Ach, da sind schon die Goblins. Die sind ja normal nicht hier. Es ist echt wie die die Höhlen überarbeitet haben. Das beeindruckt mich immer. Es ist echt toll geworden. Wenn man mir denkt, was das mit kahle Sache hier früher war. Die können wir ansprechen. Nicht so beschäftigt mit wichtigen Graben und Bewachen. Sie sprechen mit Bossen im Osten. Gut, Goblin. Machen wir. Gehen wir also in den Osten. Schauen wir mal. Da ist noch ein Berg dran. Oh. 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 Quallend richtig aus den Höhen. Guck mal hier, die Skelette. Oh. 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 Okay Ja. Einfach nur. Und mal gucken, was der sieht. Seinen Na, dasselbe wie vorher. Also weiter in den Osten. Kann man da drüber hüpfen? Fritzstein. Okay. Dann hüpfen wir hier mal drüber. gehen sie mal aus dem weg hier weiter gehen oder sind da haben wir den general krator zarrador papa hinten ist der borg haben sie im borg endlich mal überarbeitet und tag die herren sind wir denn so grimmig hat seine keule acht warzen gesicht und schiefnase sind auch da gut die zwei sind am sympathischsten also sprechen wir die mann schaufel am besten für steine graben nein spitzack am besten du blöd blöd dumme goblins ruhe oder grator euch beide zerquetschen warten besucher hier sein seeltrip ein erbärmlicher scharge des amadeel was bringt jemanden wie sie hier ich bin im auftrag der höhlen goblins hier warum die blödesten aller goblins sie machen großen hohen kriegsgott schwach zuvor und verlieren schlacht ihre schuld auch mensch dummes höhlen mädchen machen große hohen kriegsgott auer statt werden außergewählter befehlshaber ich habe meine freundin beschützt du niemals großen hohen kriegsgott hinterfragen dummes das höhlen mädchen dich ordentlich ausgetrickst dass du großen hohen kriegsgott betrügen ich zerquetschen sie bandus hat mir erzählt wie sie und zahnigen geschwächt haben indem sie seinen avatar zerstörten grator führen armee hierher wir finden versteck von höhlenschwächlingen und zerquetschen sie allerdings haben die höhlen goblins ihren eingang zum einsturz gebracht also stecken wir hier fest und streiten uns zahnik ist nicht der grund warum bandus starb das hätte bandus nicht gewollt ich nehme nicht an dass wir das auch friedliche art regeln können du hast die armee hierher geführt gerade gefragt zahnik ist nicht der grund warum bandus starb es gibt keine andere erklärung der gott des kriegs besiegt von einem großen vogel und seine armee an einfallenspinseln wir haben uns bereits den menschen entledigt die auf so spektakuläre weise daran gescheitert sind die notwendigen vorräte aus der wildnis zu beschaffen nur zahnik ist noch übrig und wir werden uns in bandus namen rächen das hätte bandus nicht gewollt wenn sie das wirklich glauben kennen sie bandus schlecht nur die stärksten verdienen ein weiterleben alle anderen müssen entfernt werden die höhen goblins zu vernichten ist genau das was bandus gewollt hätte ich nehme nicht an dass wir das auf friedvolle art regeln können du das nicht noch einmal sagen ist gerade wütend machen was friedvoll du das f-word noch einmal sagen und gerade und ich zerquetschen ein versuch was wert du hast die armee hierher geführt gerade als sarador geschichte erzählen wir alle wütend ich tisch zu hauen und tür auch so wütend auf dummes höhlen mädchen andere hören auch geschichte aber haben keinen plan als general ich machen kluge strategie und sie anführen genug gefragt warum hast du das kommando grad oder sarador war bandus stellvertretter im krieg gegen armadier wir alle wütend grad am meisten wütend grader hat kommando bandus war der meinung der stärkste soll der anführer sein bist du der stärkste grader stark viele goblins mensch vogelmann mit fäusten zerquetschen du behauptest also stärker zu sein als alle anderen hier du wollen dass ich zerquetschen dich du nicht am stärksten goblins am stärksten du nur einer wir viele grader blöd 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 es ist die aufgabe der orks die goblins zu beherrschen wir verlieren das eigentliche problem aus den augen zahnig und die dorge schaden schweigen zartor das wichtigste zartor bock du bezweifelst stärke von grader ich dich zerquetschen trolle steine werfen steine machen aua also trolle am stärksten trolle endlich auch mutter aufmachen moment papa ich dachte du wärst tot du tötten papa von papa papa ist papa von papa jetzt name papa das erklärt es natürlich ja ganz klar ja ja alle sind sehr stark und mächtig wir müssen jetzt aber ein weg durch einen eingestürzten höhleingang finden und zahnig töten für bandos du wollen jetzt anführen goblins auch stärker als du um himmels willen moment ich weiß wie wir das auflösen weiterer alternativen papa sollte der anführer sein zahler sollte der anführer sein zahnig sollte der anführer sein ich sollte da ich sollte der anführer sein generell gerade sagt nichts stille schweigen was wir brauchen ist eine möglichkeit um ein für alle male zu entscheiden wer der stärkste ist ich wissen wie goblins kennen legenden von großem hohen kriegsgott von bevor zeit von viele kriege mut halten ich erzählen großer hoher kriegsgott tradition haben alte traditionen kizei turnier mit kizei turnier anführer auswählen entscheiden wer am stärksten dafür haben wir jetzt keine zeit die orks haben dieselbe legende ja kizei gerade erinnern gerade gewinnen früher viel oft dieses turnier klingt nach der idealen gelegenheit für gerade zu beweisen dass er der beste anführer ist hört nicht auf den menschen er versucht uns hinzuhalten du bezweifelst gerade stärke du denkst gerade verlieren ich würde niemals eure stärke anzweifeln general dann wir kizei abhalten gerade alle zerquetschen papa will grado versuchen sehen papa gibt grado ins gesicht eins goblins schlagen trolle leicht trolle dumm du glaubst goblins können orks besiegen ja ich glaube es ist egal was du glaubst das ist doch lächerlich sarador angst hat kämpfen ich habe keine absicht zu kämpfen jedes volk muss einen champion auswählen und der champion der orks ist natürlich gerade du kennen also kizei natürlich ist es mir bekannt ich kenne alle die alten traditionen von band aus gut dann ist das geklärt zater organisieren turnier gerade gewinnen dann alle zurückkommen und höhlenschwächlinge zerquetschen das guter plan sein außertrolle gewinnen turnier sicher du goblins meinen was ist mit den dorisch und jemand muss sie vertreten höhlenschwächling zu feige für kampf goblins schon in turnier nun ja die torgescharen sind tatsächlich kulturell sehr verschieden in der vergangenheit hat bandus neuen völkern immer erlaubt am turnier teilzunehmen nachdem er sie nicht als goblins anerkannt hat sollten sie als eigenständiges volk am turnier teilnehmen dürften toll moment was haben sie vor zater ich denke einfach dass die torgescharen die gelegenheit haben sollten ebenfalls ein champion auszuwählen der im turnier teilnimmt vielleicht zu aneck guter plan dann gerade dort zerquetschen mickriges hüllenmädchen das großen hohen kriegsgott zu vorschwächeln ich werde stellvertretend für die dorgescharen kämpfen nicht zu aneck warum ich werde beweisen dass ich am stärksten bin wir dummen menschen gerade erst los geworden jetzt wir haben wieder ein sie sind kein öl und koppeln sie können nicht deren champion sein mir fällt gerade etwas lustiges ein was es entspricht nicht bandus tradition eine stellvertretende champion zu erlauben wie das bei den schwächlichen menschen üblich ist wenn ich mich richtig erinnere darf sich der champion jedoch einer einer dressierten kampf bestie bedienen sie meinen doch nicht in ordnung zielentrip wird als sanix trainierte bestie am turnier teilnehmen mir ist jedes mittel recht dieses turnier wird getreu der wahren bandusianischen tradition abgehalten es ist nichts für die zarten gemüter der menschen ich habe keine angst also gut dass du näher kann nur an einem ort stattfinden auf jubiusk ich werde mich jetzt dort in auf machen um es vorzubereiten wie können sie so einfach nach jubius kreisen bandus hat ein dauerhaftes portal geöffnet es befindet sich am fuß seines turms mensch sie sollten die dorge schon darüber informieren dass ihre verzögerung funktioniert hat ihr untergang ist jedoch nur kurzfristig aufgeschoben hey ok war ja lustig na dicker muss man sich mal wieder auf die ommel kloppen mal sehen ob wir gegen alle antreten müssen ja na gut heißt wir müssen wieder zu den dorge schauen gut dass wir noch eine kugel mit haben da können wir uns direkt teleportieren ok wo sind wir jetzt wieder gelandet mittig auch eine treppe an dem moment der war ja oben der tag können wir oben bleiben ich glaube hier ne das war der schreiber tag ansprechen nottag wir sind noch nicht tot also nehme ich an sie haben sie haben sie gute nachrichten mehr oder weniger es ist eine etwas längere geschichte ich habe die bandusianer überzeugt mit dem angriff zu warten bis sie durch ein turnier entschieden haben wer von ihnen das kommando hat nun ja jede ablenkung soll ablenkung soll uns recht sein ich habe mir auch erlaubt die dorge schauen für den wettbewerb anzumelden zrador war sehr daran interessiert weil er dachte es würde ihm leicht machen an zannik heranzukommen aber ich habe vereinbart als zanniks assistent zu fungieren und an ihrer stadt zu kämpfen moment ich bin der champion der dorge schauen ja aber ich glaube es wäre nicht sicher für dich am turnier teilzunehmen die gute nachricht ist dass du theoretisch zur anführung der bandusianer wirst wenn ich gewinne was ist die schlechte nachricht wenn ich verliere oder wenn einer von uns stirbt werden die dorge schauen aus dem turnier ausgeschlossen und der angriff geht sehr wahrscheinlich weiter nun ja es ist ziemlich riskant es kommt ganz auf dich an bist du zuversichtlich die haben keine chance wir werden sehen das portal das in der nähe des goblins dorfs aufgetaucht ist muss nach jubius führen mach dich für das turnier bereit und ich werde dich beim portal treffen bevor du abreißt es befindet sich östlich des goblindorfs ok ja also am alten turm hat er ja gesagt aber schlagen gehen wir hier nochmal an die bank ich bin jetzt noch auf fernkampf vom berserkern wird man sehen dass ich mich mal auf nahkampf einstelle die jungs sehen ja alle schwer nach nahkampf aus man weiß was da abgeht ok ziehen wir das ganze mal aus und dann nehmen wir mal einen ring mit dies 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 nehmen wir drücker oder kommt nehmen wir die mal mit kommen wir noch die schuhe harnschuhe eine kette und würde ich sagen reicht erstmal ich werde sicherlich da auch noch irgendeine möglichkeit haben mich auszurüsten was wäre es denn das für ein turnier sonst ok also machen wir hier mal ein folgenpoß hin und wir sehen uns dann im nächsten teil na wo sind die gesten alles klar bis dann ciao ciao eure seele